Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab's dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? Nice. Wir sind die mit Schminke im Gesicht. Die Gensch Döckelschuhe tragen. Und Overknees. Oh ja. Wir tanzen gern. Wir stehen auf Typen, die wissen, was sie wollen. Unsere Vorbilder. Die sind wir längst selbst. Es ist okay. Du musst dir unsere Gesichter nicht merken. Nur, was wir wollen. Spielen. Unser Spiel. Unser Beat.